Du und der Florian versuchen sich am Tandemflug. Sie üben ihn jetzt das erste Mal. Das heißt, es wird sicher einiges passieren, was nicht vorhersehbar ist. Hallo, ich lasse dir noch Bescheid von der Armstrafung. So, das ist auch mit Musik. Sehr schön. Zweite Fliegenlogo 400. Beide zusammen haben Geschäfte 6.000. Okay. Da kommt Florian, hol den Nico mal ein. Komm, schneller. Los, knapp, los, Nico. Ich sag's. Mach doch mal einen Boss zusammen. Oder gegeneinander. Wie auch immer. Mach doch mal einen Boss. Mach doch mal einen Boss. Mach doch mal einen Boss. Ja, super Show. Vielen, vielen Dank.